Das ist ein Bild, was mich damals auf dieser Reise zeigt, im Hintergrund die Kaaba, siebenmal also diese Runde. Und während ich dort so rummarschierte, stellte sich mir diese Frage, lebt der Schöpfer der Welt wirklich in diesem Stein, in diesem Haus? Und ich habe diese lange Reise unternommen, nur um ihn hier in diesem Stein zu finden. Und dann kam ich zu dem Schluss in meinem Denken, das ist eine menschliche Sache, das ist nichts, was Gott hier wirklich gemacht hat. Ich kann mich ja nicht vor einem Stein beugen, das ist ja Götzendienst. Wenn es wirklich diesen Gott gibt, dann ist er viel größer, viel schöner. Also habe ich ausgerechnet in Mekka meinen islamischen Glauben aufgegeben. Das war natürlich aus islamischer Sicht schrecklich.